Das ist aber nicht weihnachtlich, glaube ich. Na klar, alles empfangen. Und jetzt soll es Schnee sein. Moin Moin, willkommen bei den Testoleros. Es ist mal wieder soweit, geld liegt auf dem Tisch. 500 plus Abonnenten-Special. Unglaublicherweise haben wir es geschafft. Wir wissen selber, wie es funktioniert hat. Aber es hat funktioniert. Und aus hebenem Anlass. 500 Abonnenten. Jetzt müssen es 506 sein oder so. Hab ich, Rico, mir ein bisschen Geld. Aus der Rippe. Ja. 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 Der, der nötig hat. Aber okay. Genau, das läuft voll mehrermaßen ab. Das wird wieder ein Amazon-Gutschein sein. Waffen und 70 Euro. Ja. Die Kohle nochmal. Für uns, die sind echt, ne? Ach, ja. Aber das kann ja auch egal sein, weil Amazon-Gutschein ist definitiv echt. Selbstredend. Für euch. Macht man das mal, ne? Wir machen das aber diesmal so, dass ihr einfach nur unter diesem Video kommentiert. Und dann verlosen wir im Neujahr. Werden wir dann aus dem letzten Namen. Also euer YouTube-Account ist dann quasi der Name. Und dann verlosen wir am 1.1. oder 2.1. Also bis 2.1. Also bis 2.1. 14, 15 Uhr könnt ihr hier noch mitmachen. Dann ist es vorbei. Dann wird nämlich ausgelost. Und spätestens am 3.1. kommt dann das Video. Und dann darf Rico ziehen. Das wird interessant. Also, dann liegt das wohl alles an mir. Also mein Geld, meine Erziehung, euer Gewinn. Und der Gewinner darf sich dann per E-Mail bei uns melden. Und dann bekommt er seinen Gutschein zugeschickt. Per E-Mail. Aber wir wünschen dann natürlich noch jeden erstmal ein frohes Fest. Und guten Rutsch. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Wie gesagt, am dritten ersten zum Verlosungsvideo wieder. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal drauf. Ihr könnt euch auch freuen. Kann natürlich nicht jeder grünen, sondern nur einer. Aber toll, toll, toll. Hallo. Bis demnächst.